Sankt Kommung gleich wieder schlafen gehen Moin Willi Ich merke noch kann ihn schlafen Wunderbar Zer Erstmal wieder alles abholen Stein Jetzt lege ich mich hin Schön So will ich immer weg Willi Weg So 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 aber ja ich kann da jetzt eh nicht so viel zu also ich behalte mich da generell sehr zu den Corona Regeln raus es ist so einerseits verstehe ich es nicht einerseits verstehe ich es sehr gut sogar also deswegen würde ich lieber nichts sagen ähm klar ist blöd für die Firmen und so das ist halt schade aber kannst nichts machen es ist halt es geht um Menschenleben ne das äh ist schwierig zu äh ja machen also ja ich wüsste auch nicht was so machen soll also ich halte mich dran aber manchmal verstehe ich es auch irgendwie gar nicht ne aber manchmal auch ja also ne zum Teil Samen jetzt fehlen uns noch Prozent vier Dinger vier zu vier Zeilen genau toll die letzte hätte noch so schön da reingepasst egal da muss man halt noch mal gehen aber ich denke diese Folge müssen wir das schaffen um das Prozent ist auf jeden Fall sehr realistisch das ist auf jeden Fall sehr realistisch dann auch gleich wieder weg Herr Willi so zack 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 schau zack 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 t ist mit zack 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 n So, ich mach jetzt hier, gut, das sollten wir jetzt schaffen, mit den ganzen Dingern. Schauen wir, easy, so, fertig, fertig, damals alles, die Fläche gemacht, können wir das jetzt, wir haben bestimmt noch ein bisschen Erde, dann machen wir das jetzt hier ein bisschen aufschütten, noch und, ja, so, ich muss heute auch noch Detroit aufnehmen, also viel,ives Favorit, dann muss ich noch Schulzeugs viel machen, sogar, ähm, und, kann ich heute nicht mit mein Freund spielen, ein bisschen Röntgen CSGO zocken also geht da nicht ja gut das kann ich jetzt hier eben nochmal alles rausholen brauchen wir jetzt nicht mehr rieb ich trotzdem zur Sicherheit einfach auf vielleicht doch für irgendwas noch kommen wir reinpacken und ich nehme dann jetzt hier mal diese Erde mit dann mache ich das nochmal zu ja m m okay sie nämlich dann doof aus das war ich hier noch ein bisschen wenn ich hier das ganze ja so sieht gut aus das ist perfekt 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 und geben ja dann haben wir jetzt auch nichts mehr zum aufschütten und ist dahinten noch hat sie nein und die ja da werde ich das jetzt erst mal noch wieder alles einsortieren und dann was ist dann auch schon mit der folge wieder ganze 30 Minuten aufgenommen und dann haben wir das jetzt auch eben gemacht Eisenschaufeln sind fast alle kaputt um und zu und wie ließ auch noch da war alles schön und zuhören hoch 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 die Blutten die Lieblutten Okie Prozent aber das ist auch gemacht bei ihm strecken und treten und könnte man hier ein bisschen Zuckerrohr anbauen er ist ja nicht umsonst so 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 und Klinikum und bis zum Kumpelsen ne gilt nicht okay da habe ich mich aus den Karaden angezündet der Kammer der Sitz hier überall hinsetzen ups schön aber erst mal ein bisschen und dann würde ich jetzt aber auch sagen das war's mit dem wenn man auf das Name zwischen und ich bin ich es nicht zuschauen und sei es schon ist und auf wiedersehen ciao